Na, diese Bretschen sind eklig. Und, wie war dein Tag so? Wir haben nicht viel geredet, sodass ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht. Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay, bis dann. Ich zermatere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denk noch etwas drüber nach. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... Weißt du was? Ich hol es schnell. Arschgaul! Ja, braves Mädchen. Sag hallo! Arschgaul sagt hallo!